Musik Jo, meine lieben Zuschauer, lalialöchen wollte ich sagen und herzlich willkommen zurück bei Need for Speedmost Worte 2005 aber wir haben das Jahr 2014 wir spielen also ein Spiel, das inzwischen schon ganze 9 Jahre alt ist macht aber nichts, ist nämlich immer noch geil, macht immer noch Spaß und beim letzten Mal hatten wir ein kleines Techtelmechtel mit der Polizei eher unfreiwillig und jetzt soll es weitergehen uns fehlt noch ein Rennsieg und wenn wir den haben, dann geht es über in Meilensteine und Kopfgeld und vielleicht werden wir damit in diesem Part auch schon fertig mit allem drum und dran und dann können wir uns beim nächsten Mal um die gute Jewels kümmern die echt gar nicht so unsexy aussieht, muss ich sagen schon eine heiße Schnalle, die Süße so, bei den Rennen haben wir zwei K.O. Rennen und ein Mautstellen Rennen Mautstellen hatten wir beim letzten Mal schon deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt ein K.O. Rennen und zwar hier, welches ist länger? eins war 15, das war 15 machen wir es lange mal, komm letzten Part habe ich darüber geredet, warum wir so schnell durchkommen nämlich weil wir alle kurzen Rennen machen und auch nur die Rennen, die nötig sind und jetzt machen wir einfach mal ein bisschen länger, jetzt fahren wir mal das lange Rennen so, warum nicht so, direkt mal am Anfang wegzischen ja, K.O. Rennen sind immer noch immer noch so mit die spannendsten Rennen eigentlich ich fahre zwar lieber Sprints und ich mag auch am mag auch gerne Mautstellenrennen, wo man alleine unterwegs ist und ich mag auch Radarfallenrennen und so weiter aber von dem Spannungsgrad her sind K.O. Rennen so mit das spannendste einfach weil man wirklich den Druck hat, man darf nicht letzter sein in keiner Runde das ist schon irgendwie ganz cool weil man dann einfach, ja es ist spannender für einen selber, man hat mehr den Stress man muss sich noch mehr Mühe geben wobei ich bin natürlich nie letzter, ja also im Endeffekt kein Problem ich bin ja super, wisst ihr ja boah, da hätte man viel abkürzen können habe ich leider gerade verpasst da hätte man schön durch die Waschanlage fahren müssen oder durch die Tankstelle sonst verschenkt man da verschenkt man da sehr viel Zeit hat aber nichts gemacht ich bin immer noch Erster diese Rockmusik im Hintergrund ist so geil die Musik bei Most Wanted ist so Hammer ich weiß nicht warum die das in anderen neueren Spielen vor allem nicht so genial hinkriegen bei Most Wanted die Musik ist das Beste ich würde fast sagen kein anderes Nitrospeed hat bessere Musik wobei die Musik auch bei Underground 2 der Hammer ist und auch bei Underground 1 der Hammer ist und eigentlich Nitrospeed was immer gute Musik bietet hier meiner Meinung nach die beste Musik und ich habe schon mal gesagt ich höre solche Musik privat nicht würde ich mir sonst nicht anhören auch wenn sie ja sicherlich ganz nett ist aber privat höre ich nur mal andere Musik und trotzdem finde ich sie im Spiel so genial oh mein Gott plötzlich guckt sich so ein LKW an das geht ja mal gar nicht und jetzt fängt sie da an zu schütten hier naja das gewinnen wir schon würde ich sagen die sind auf jeden Fall weit weg ich bin allein 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 ah so ein bisschen abgekürzt habe ich diesmal zumindest das war schon besser als wenn man ganz außen rum fährt und sich dann die komplette Ecke da mitgeben muss und auch wenn immer mal wieder Leute gerne meckern ich finde bis hierhin bin ich immer super gefahren natürlich gibt es immer ab und zu Schwächen oder man verpasst mal Abkürzungen die man nicht verpassen sollte klar, aber so vom Siegen her sind wir doch wirklich gut durchgekommen und ich bin immer noch sehr zufrieden damit alter das Lied gerade ist das hört mich schon wieder an wenn man da so mit seinem Porsche mit 200, 300 Sachen durch die Gegend heizt und dann im Mittagrund die Rockmusik quietschende Reifen Hammer Patrick ist rausgeflogen so jetzt geht es nur noch ich gegen Kambalz der ist aber 8 Sekunden hinter mir also das sieht fast aus als würden wir uns einfach gewinnen hier der Porsche ist aber auch ein super Auto muss man mal ganz klar sagen ich finde den echt heiß also hier im Spiel vielleicht macht aber auch der Spoiler so ein bisschen das aus warum ich ich mag Porsche sonst nicht so weil die immer diesen selben Arsch haben deswegen ist auch der einzige Porsche den ich mag der Carrera GT weil der so mit als einziger neuerer Porsche hinten eben nicht diesen typischen Porsche hintern hat den ich so hässlich finde ich stehe einfach nicht da drauf hinten diese Lampen und dann dieses abgegoogelte wie so ein also so abgegerundete hinten wie so ein sonst was am schlimmsten finde ich ja den Panamera den finde ich ja richtig hässlich aber bei dem hier jetzt vielleicht finde ich den deswegen auch gut weil der hinten einen Spoiler hat und dadurch dass hinten aussieht wie ein normales Auto und nicht dieser typische Porsche Arsch hinten ist den ich persönlich total hässlich finde aber na gut vielleicht liegt es echt am Spoiler wobei ich da schon als ich den getunt habe in den Kommentaren schon gelesen habe wie kannst du nur einen Spoiler und so ja so ist das halt bei Most Wanted 2005 da tunet man auch solche heißen Schlitten auch den Lamborghini werden wir tunen wobei das eigentlich eine Sünde ist einen Lamborghini zu tunen aber hier im Spiel kann man das machen so jetzt hätten wir eigentlich die Rennsäge durch und nur noch die Meilensteine und das Kopfgeld vor uns ähm ich würde sagen komm wir machen das so also eigentlich hätte ich jetzt gesagt wir fahren die ich glaube ein oder zwei Rennsäge können wir noch holen genau wir können noch ein K.O. Rennen fahren und ein Mautstein rennen normalerweise würde ich jetzt sagen komm wir fahren die noch weil ich jetzt ausnahmsweise mal vollständig alles machen möchte damit wir eben nicht so durchrushen ähm aber ich denke mir andererseits komm wir machen erstmal Meilensteine und Kopfgeld wenn wir dann sehen wir haben noch Zeit können wir immer noch die Rennsäge machen und wenn wir sehen okay passt jetzt zeitlich perfekt dann lassen wir das dabei und dann können wir beim nächsten Mal die gute Jewels herausfordern also fangen wir an mit achso ich gehe mal vorher nochmal speichern ist vielleicht ganz gut dann kann ich im Notfall nämlich alte 4 drücken ha ihr wisst ja so speichern wir ja okay ähm Blacklist und zwar würde ich gerne ein bisschen Kopfgeld sammeln danke so hier kenne ich mich halt am ehesten aus also wir springen mal wieder dahin hier kenne ich mich einfach in der Gegend gut aus so wir haben eh schon drei Fahndungsstufen insofern sollte das nicht lange dauern bis die hier ordentlich Terror machen die Cops und dank Fahndungsstufe 3 kriegen wir jetzt auch schon alle ich glaube 10 Sekunden oder so ähm 2000 Kopfgeld also das ist schon ganz ordentlich so ihr kommt mit ne oder kommt ihr mit Jungs ja ne ihr kommt mit okay schön so ein bisschen rammen muss ich die auch wir bauen ja auch noch Meilensteine und die geht man unter anderem durch Fahrzeugkontakt durch Zerstören von welchen durch Straßensperren durchfahren je nachdem was gerade für Meilensteine so angesetzt sind zum Beispiel auch 6 Minuten Verfolgungsdauer äh wäre jetzt auch ein Meilenstein ich denke 6 Minuten werden wir schon brauchen mindestens komm dann nehmen wir mal hier den Holztransporter mit man darf sich natürlich auch nicht selber komplett äh einklemmen sonst hat man ein Problem so da sollten jetzt einige stehen bleiben ja 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 da kriegen wir erstmal ordentlich Kombo-Kopfgeld schön Jungs kommt ihr wollt ihr eigentlich nicht fliehen danke so da ist eine Straßensperre ich fahre aber mal drum rum wir haben eine Straßensperre errichtet lasst ihn ruhig kommen lasst ihn ruhig kommen sagt sie ja ich bin gekommen hier bin ich ich weiß gar nicht wie viel Kopfgeld brauchen wir denn jetzt eigentlich ich hab gar nicht mehr drauf geachtet wir brauchen glaube ich also insgesamt brauchen wir irgendwie 1,18 Millionen oder sowas hab ich da richtig in Erinnerung und wir hatten irgendwie schon über eine Million also wir brauchen glaube ich nur so an die 180.000 insofern äh denke ich nicht dass wir so aber wir brauchen halt auch die Meilenstein ne gut da werden wahrscheinlich wieder 2 oder so äh zu holen sein über über Radar fallen das heißt das ist eigentlich nicht das Problem wir schauen einfach mal wir fahren noch ein bisschen vielleicht machen wir 6 Minuten Verfolgungsjagd dann haben wir nämlich den Meilenstein auf jeden Fall nur das geht grad schon nicht mehr weil die jetzt irgendwie alle weg sind hört mal Jungs wo seid ihr denn ich mag das nicht dass man euch immer suchen muss das ist nicht der Sinn von Verfolgungsjagd der Sinn von Verfolgungsjagd ist dass ihr mich suchen müsst können wir doch nicht machen Jungs gleich bin ich weg und das ist auch wo ich rumfahre doch jetzt 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 ja du bist mein Held aber jetzt musst du natürlich auch mitkommen sonst bist du doch nicht mein Held ach guck mal da kommt schon ein anderer okay danke Jungs ihr seid die Besten ihr seid noch richtige Bullen hier die sich noch anstrengen so ich glaube allein die Straßensperre bringt irgendwie auch 30.000 Kopfgeld oder sowas also wir können wahrscheinlich bald schon wieder Schluss machen aber wir machen hier 6 Minuten würde ich schon sagen so kommt ihr mit ja ne okay dann nehme ich mir nämlich mal die Tankstelle mit da sollten eigentlich wieder einige ja wunderbar okay 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 wunderbar danke ach Jungs schon wieder was ist denn los mit euch ich bin bald Fahndungsstufe 4 so ein bisschen anstrengen müsst ihr euch schon mal jetzt sonst wird das mit euch nichts mehr dann kriegt ihr keine Beförderung zu viel Donuts gefressen und eure Autos anscheinend auch dass ihr nicht hinterherkommt irgendwas macht ihr doch falsch Jungs ihr müsstet mich doch alleine aus 200 Metern hören wegen dem Motor das kann doch nicht sein hier das sind mir ein paar Sonntagsfahrer oh andere Richtung ich hab da eine Straßensperre ablegt find ich aber echt lieb da habt ihr es gerade wieder gesehen mit dem krassen Durchdrehen da kam ich wieder nicht von der Stelle so die Straßensperre ist leider weg aber der Kopf ist da jetzt verfolgen mich gerade auch nur zwei jetzt muss ich mal ein bisschen vorsichtig fahren bis die Verstärkung kommt aber einen Meilenstein haben wir anscheinend ja schon geholt so zwei Verfolger habe ich nur ruft doch mal eure Kollegen an sagt denen hey Jungs hier gibt es Donuts und außerdem müssen wir noch so einen Typen verfolgen aber es gibt Donuts einfach mal aus Prinzip ein paar Sachen kaputt machen zwei Stück noch für eine Minute ach Jungs kommt schon ey das kann man doch hoffentlich von euch erwarten dass ihr so ein bisschen Eigeninitiative habt und nochmal ein bisschen euch anstrengt oder? ich meine ist das zu viel verlangt von euch oder muss ich jetzt wieder absichtlich in Straßensperren fahren das Problem ist auch immer bei den Straßensperren die bleiben stehen also die fahren einem nicht hinterher die Cops die dann in der Straßensperre sind sondern die warten dann da siehst du die kriege ich sogar gut geschrieben jetzt hier die eine Streife da so also die 6 Minuten sollten wir bald haben und dann können wir uns also davon machen naja ok wir sind jetzt bei 4 Minuten 20 dadurch dass ich immer mal wieder in der Flucht war wurde das natürlich immer wieder auch abgebrochen einfach weil es cool ist einfach mal springen so wir haben einen Verfolger jetzt und sind aber auch kurz vor Fahnen Stufe 4 wenn ich die natürlich erreiche und die Verstärkung kommt dann wird es wiederum schwer zu entkommen also vielleicht sollte ich erst einmal jetzt versuchen abzuhauen aber ich hätte halt eigentlich gerne noch die eine Minute Verfolgungsdauer aber wenn ich die natürlich mache werde ich andererseits auch darauf warten müssen dass die Verstärkung kommt und dann habe ich wieder auch ein Problem also ich weiß nicht wahrscheinlich ist es sinnvoller zu entkommen und dann zu sagen komm scheiß auf die eine Minute Verfolgungsdauer noch mehr wobei ich wahrscheinlich mir das gar nicht aussuchen kann ich glaube die entscheiden das selber dass ich nämlich nicht innerhalb dieser einen Minute jetzt entkommen werde beziehungsweise nur noch 30 Sekunden das heißt die Verstärkung werden wir noch abkriegen und das wird schwierig dann vor allem weil wir jetzt gleich Fahndung Stufe 4 sind so wenn ich den hier los werde in dem Ding dann habe ich es gut weil dann ist da nämlich glaube ich ein Versteck aber die hat der hat gar keine Lust sich da da rein zu begeben die Verstärkung kommt aber jetzt 5 Sekunden okay das war es jetzt wird es richtig krass für uns jetzt haben wir nämlich 15 Verfolger und den Verfolgungsmeilenstein auch jetzt wird es krass jetzt wird es schwierig alleine schon bei dem Regen mein Wagen will nicht mehr richtig auf der Straße haften oh 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 Leute das wird nicht leicht da noch rauszukommen aus der Nummer das sage ich euch das wird nicht leicht jetzt mit 15 Verfolgern ich muss vorsichtig bleiben wir müssen welche loswerden ich muss dringend Verfolgungsstopper finden vom Kopfgeld her haben wir wahrscheinlich längst genug wir haben auch die Meilensteine bestimmt schon aber jetzt geht es eher darum überhaupt hier aus der Nummer rauszukommen und jetzt sind wir nämlich Fahndung Stufe 4 und haben die Verstärkung am Hintern oh 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 und jetzt kommen Helikopter jetzt wird es kritisch Leute jetzt wird es kritisch ich sehe es schon darauf hinauslaufen dass wir erwischt werden und dann ja da kann ich auch nichts machen Nagelbänder jetzt brauchen sie hier das komplette die komplette Montur Nagelbänder Hedis solche schwarzen Sicherheitseinheiten und ich glaube das war es jo das war es da konnte ich nichts mehr machen ich wurde schwer quergestellt dann bist du raus keine Chance mehr irgendwas zu machen ähm ist natürlich auch wieder ärgerlich jetzt ich habe es aber gesagt als dann die Verstärkung und die Fahndung Stufe Fahndung Stufe Erhöhung kam habe ich fast schon geahnt dass wir da nicht gut rauskommen aus der Nummer mit dem Regen zusammen noch haben wir noch ein Symbol oder jo haben wir noch okay dann bezahlen wir mit dem Symbol so der hat also Fahndung Stufe 4 das ist halt ein bisschen ein bisschen krass ne ähm deswegen würde ich sagen wir müssten den eigentlich mal so ein bisschen ein bisschen anpassen oder wir nehmen zur Verfolgung einfach mal einen anderen Wagen können auch den natürlich nehmen aber das ist eigentlich ist der ja gut gemacht dafür ne der hat ja eigentlich das der hat ja eigentlich die also Fahndung Stufe 4 hat ja auch einen Vorteil aber ich glaube eher dass wir den nehmen mit dem mal kurz die Fahndung Stufe auf 3 machen wieder also auf ne so ein bisschen auf 2, 3 weil 4 ist schon krass also wir werden später 4 oder 5 eh haben ne das ist normal aber jetzt ist mir das noch ein bisschen krass dafür dass wir nur 100.000 Kopfgeld brauchen da will ich mir das mit Helis und allem und Nagelbändern noch nicht antun also machen wir das mal so dass wir da ein bisschen was dran machen komm wir tun mal wir tun mal einfach mal ein neues Karosseriekit rein das habe ich eh noch da rumliegen so ok und jetzt müssten wir eigentlich schon wieder ein bisschen zurück sein ja jetzt haben wir schon nur noch Fahndung Stufe 2 ist halt so ein breites Karosseriekit kann man auch mal drauf machen ok sollen wir dann ja komm wir wir fangen es noch an wenn es zu lange ist mache ich es beim nächsten Mal weiter tja aber damit waren wir auch mal Fahndung Stufe 4 und ich hab es gesagt und dann eine Minute später nicht mal eine Minute später war es auch vorbei so wie ich es auch schon erwartet hatte nur dass es dann so schnell geht hatte ich eigentlich nicht gedacht nur ja es gibt halt Situationen ok da bringen wir sich selber in eine scheiß Lage oder man schafft es nicht mehr raus zu kommen aber wenn es natürlich dann so ist wie eben dass man quer steht also wenn die Reifen nicht mehr auf dem Brunnen sind kannst du nichts mehr machen dann kannst du Gas geben rückwärts vorwärts wie du willst dann bist du halt bist du halt am Arsch das ist halt so ein bisschen schade dass man dann nicht ja sich zurücksetzen darf das finde ich ist ein bisschen schade es wäre andererseits andererseits wäre es halt auch zu leicht weil es ist ja darauf soll es ja hinauslaufen dass man mal eben festgefahren wird und dann eben auch erwischt wird und wenn man dann jedes Mal sich resetten könnte dann wäre es zu einfach weil dann käme man eigentlich immer raus also ich weiß nicht wie man das gut lösen könnte dass man einerseits nicht am Arsch ist dadurch dass man irgendwie ja so quergestellt wird und nichts mehr machen kann und dass es aber eben auch nicht so leicht wird wie man das machen sollte wüsste ich nicht keine Ahnung so den machen wir mal kaputt schade dass die straßensperren immer so schnell verschwinden die spawnen irgendwo und dann verschwinden die aber auch schon wieder bevor man da überhaupt hinkommt warum rast der da vorne denn eigentlich so weg was hat der für Probleme wovor hat der Angst seht ihr aus wie der da vorne weghalst der andere nicht der hier der ist über alle Berge da komme ich gar nicht mehr hinterher so schnell fährt der da hinten Jo ich bin im Park Jungs ich chill mal ein bisschen hier legen wir den mal den Turm dahin den Wasserturm vielleicht machen wir diesmal die Verfolgung Mr. Ark ein bisschen kürzer ich glaube aber nicht dass wir es in diesem Part noch fertig kriegen so dass wir beim nächsten Mal dann noch ein bisschen da weitermachen müssen bevor wir die gute ähm Jewels herausfordern können aber das macht ja nichts es ging ja immer so schnell das ist ja ganz gut wenn auch mal dann noch nicht der nächste Blacklist Fahrer schon wieder bereit ist sondern wir erstmal noch irgendwie ein, zwei Parts fahren müssen ist ja gar nicht so schlecht ranz einmal durch durch die Straßensperre alles kaputt machen weißt du denn jetzt sagt er sie haben eine Straßensperre errichtet nachdem ich schon längst durchgebrochen bin die sind so top aktuell immer die Infos ja Jungs ihr müsst euch schon ein bisschen anstrengen wir sind auch schon fast wieder auf Warnungstufe 3 okay ich glaube nicht dass da nochmal irgendwo obwohl vielleicht da ist noch einer wuhu dankeschön ja Verdächtiger entspricht der Beschreibung ich meine selbst wenn ich nicht der Gesuchte wäre wenn ich da mit 300 Sachen an dir vorbeirase solltest du so oder so als Polizist vielleicht mal überlegen ob du nicht was machen willst Zieldelta 21 Achtung so komm Farnungstufe 3 schaffen wir aber noch ich finde das immer schön wie man diese leichten Straßensperren einfach weggerammt kriegt und da sind wir wieder Farnungstufe 3 so die ist mir eigentlich am liebsten weil da wird es richtig knifflig du kriegst gut Kopfgeld aber es ist noch nicht so krass dass die mit Helis und Nagelbändern kommen und das ist dann dann wird es nämlich krass wenn Helis und Nagelbänder kommen weil die machen einem dann wirklich Probleme oh Rhinos alter die gehen immer so ran die Rhinos gehen immer so dran die sind echt hart da muss man echt aufpassen mit denen mit denen darf man sich nicht anlegen Juhu einmal drüber gehüpft aber jetzt haben wir fast schon wieder die Verfolgungsdauer durch die 6 Minuten die wir brauchen so immer schön durch die Straßensperren das bringt gut Kopfgeld und jetzt sollte ich aber langsam mal schauen auch weil der Part jetzt so lang wird dass ich mich hier mal davon mache und wir dann das Kopfgeld auch sammeln können ohne dass wir wieder erwischt werden und vor allem ich dann auch den Partner beenden kann also es geht also wirklich noch in den nächsten Partner rein so ist da irgendwas nö keine Nagelbänder oder nichts dann einfach ab durch die Mitte so jetzt der Fahrer ist direkt durch die Sperre gebrettert sie klang ja voll auf Droge jetzt sollten wir es eigentlich mal hier beenden können so jetzt nehmen wir mal hier schön alle Verfolgungsstopper mit die wir finden können aber da kommen natürlich immer neue naja also gut viele sind es nicht mehr wir haben noch einen hinter mir und eine Minute dreißig haben wir noch um ihn zu entkommen es sollte eigentlich machbar sein aber ich hab grad so ein bisschen ein bisschen Sorge weil der rast da auch hinter mir her so ich versuch's mal Richtung im Versteck zu kommen es könnte fast sein dass wir jetzt hier entkommen ich glaube ja jetzt ist eher die Frage ob es gereicht hat also eben hätte es gereicht die Frage ist ob es jetzt auch gereicht hat beim ersten Versuch hätte es gereicht beim zweiten weiß ich es nicht die Straßensperren müssten halt gut Kopfgeld geben eigentlich ja 46.000 oben drauf es kann aber sein nee es reicht nicht 84.000 reichen nicht bin ich mir relativ sicher mal schauen wir haben 1, ja ungefähr 1,1 Millionen und wir brauchen noch ungefähr 80.000 Kopfgeld also es ist natürlich schade dass ich einmal erwischt wurde aber so ist das Spiel man wird halt auch mal erwischt beim nächsten Mal machen wir dann also noch die warte mal bei den Meilensteinen weiß ich gar nicht doch da sind 3 Radarfallen das heißt die Meilensteine haben wir schon sicher es geht dann eher noch um die 80.000 Kopfgeld das werden wir also beim nächsten Mal locker schaffen freue ich mich wenn ihr dabei seid bis dann euch einen schönen Tag alles Gute euer Walle bye bye bis dann bis dann bis dann bis dann